Ja, es war schon sehr unangenehm, fand ich. Da die zweite Liga ja so ein bisschen über den Kampf kommt, mussten wir uns 100 Prozent einstellen auf das Spiel, dagegen halten und dann sollten wir einfach unsere Fußballerlinie durchbekommen und haben das, glaube ich, dann schon mit ein bisschen Anlaufschwierigkeiten ganz gut hinbekommen. Ja, sicherlich hat man auch Mühe, aber im Großen und Ganzen war es dann ein souveräner Auftritt. Klar hätten wir es vielleicht uns selbst ein bisschen einfacher machen können und früher auf 2 zu 0 gehen, aber wir wussten auch, dass es nicht ganz so einfach wird. Es ist ein Pokalspiel und da weiß man auch, dass der Gegner dann immer mal aufkommen kann und klar hatten sie auch Szenen, wo sie vielleicht dann mehr daraus machen konnten, aber 2 zu 0 gewonnen und das war in erster Linie unsere Aufgabe. Also vom Trainer haben wir mitbekommen, dass es ein ganz normales Spiel ist, dass wir es nicht unterschätzen dürfen. Das ist für die die Spiel der Saison und wir müssen da einfach den Kampf annehmen und wenn wir den Kampf annehmen, dann sollten wir da auch als Gewinner vom Platz gehen und was auch dann der Fall war. Ja genau, man hat ja auch schon in der Vergangenheit oft gesehen, dass es dann immer wieder Stolpersteine sein können, aber wir wollten das einfach nicht so haben und einen ordentlichen Auftritt hinlegen und dann wussten wir auch, dann reicht es in allen. Es war okay, die Leistung, klar wissen wir auch, dass es in der Bundesliga dann wieder ein bisschen mehr braucht, aber eine Runde weiter und das ist die Hauptsache und wie gesagt, es gab schon viele andere Pokalspiele, wo es dann anders rausgekommen ist. Wen hätten wir denn gerne schauen wir mal. Ich glaube, heute ist die Auslosung, heute nach den Spielen, genau. Schauen wir mal, wen wir bekommen. Hoffentlich ein Heimspiel. Ich bin jetzt mal gespannt, wer noch dazu kommt, aber ich glaube schon, dass es jetzt fast nur noch Topspiele geben wird. Ich hoffe, dass wir ein Heimspiel haben, dass wir irgendwie dann eine Runde weiterkommen können, weil ich war einmal in Berlin und würde gerne wieder hin. Und natürlich wird es immer wie mehr ein Thema, wenn man eine Runde immer weiterkommt. Und ja, wir hoffen jetzt auf ein bisschen Losglück, auf ein Heimspiel und dann sind wir dann vielleicht schon unter den letzten vier und dann kann ganz viel passieren.